Oh Mann, 90. Minute und wir sind gegen Aston Villa hinten. Durchhalten, Männer. Den Sieg haben wir uns verdient. Verstanden, Boss. Keine Dummheiten. Ne, Handspiel. Elfmeter. Oh Mann, ne, oder? Den knall ich in den Winkel. Ne, Cristiano. Bruno schießt. Keine Diskussion, junger Mann. So, und ab geht's. Nein! Knallt ja das Ding auf den Maß. Unfassbar. Was war das denn? Sergio Ramos geht den Elfmeter, oder? Äh, sorry. Was? Was ist denn? Den nächsten schieß ich wieder. Jaja, Cristiano.